McDonalds, Nordsee, Subway, Burger King. Die vier großen Fastfood-Ketten ringen um die Vorherrschaft im Land. Aber nur einer kann Deutschlands Bester werden. Nelson Müller serviert Burger & Co. als eigene Kreation. Fliegt das auf? Ich fühle mich ja schon ein bisschen schlecht. Die Tricks der Schnellrestaurants. Günstige Zutaten, teuer verkauft. Dann haben wir uns vor 20 Jahren mehr der Industriekartoffel zugewandt. Hygieneskandale bei Fastfood-Ketten. Wir haben Darmbakterien gefunden. McDonalds, Nordsee, Subway, Burger King. Welches Essen macht dick? Ich habe in der Woche ca. 2 Kilo zugenommen. Der große Vierkampf ums schnelle Essen. Welche Fastfood-Kette ist die beste? Und ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. McDonalds ist nach Umsatz und Größe der Branchenprimus in Deutschland. Doch Burger King, Subway und der deutsche Fischbrater Nordsee machen mächtig Druck. Alle gegen McDonalds. Wer schlägt den Fastfood-Riesen? Wir vergleichen in den Disziplinen Preis, Qualität, Hygiene, Gesundheit und als erstes im Geschmack. Alle vier versprechen leckeres Essen. Aber wer bietet tatsächlich den besten Geschmack? Um das herauszufinden, wagt Sternekoch Nelson Müller ein ungewöhnliches Experiment. Ist das Fastfood der vier Konkurrenten so gut, dass es auch als Restaurantgericht durchgeht? Tatort sein eigenes Bistro. Warenunterschiebung ist in Restaurants eigentlich strengstens untersagt. Zu Versuchszwecken werde ich mich heute allerdings über dieses Verbot hinwegsetzen und in vier Runden verschiedenen Testessern verschiedene Fastfood, fremde Fastfoodgerichte als meine präsentieren. Mal schauen, ob das auffliegt. Nelson hat Gäste eingeladen. Der Vorwand, es gibt neu entworfene Gerichte zu verkosten. Als erstes will Nelson den Clubhouse-Burger von McDonalds servieren. Wird der Schwindel auffliegen? Das Ganze mache ich jetzt nochmal richtig schön heiß, damit die auch nur ja nichts merken. Die Gäste freuen sich auf leckeres Essen. Die Erwartungshaltung ist groß. Wir sind hier, um einfach mal den Nelson auf den Zahn zu fühlen. Und schauen wir mal, ob er das bringt, was er so immer verspricht. Mal sehen, ob der McDonalds-Burger den Ansprüchen genügt. Hübsch dekoriert, aufgewärmt, Stäbchen rein, fertig. Jetzt wird sich zeigen, ob der Fastfood-Burger als Kreation eines Sternekochs durchgeht. Lasst es euch einfach schmecken, meine neue Burger-Kreation. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Viel Vergnügen. Riecht auch ganz gut. Das ist also schon mal ein kleines Erlebnis. Schauen wir mal, ob es auch so bleibt. Optisch kann er schon einmal überzeugen. Aber geschmacklich? Niemlich ja schon ein bisschen schlecht, ne? Aber scheint ihn ja zu schmecken. Töstlich. Angenehm Gewürz. Das Fleisch hat auch einen guten Geschmack für mich. Ich mag sonst keine Burger, aber Einen Burger mag ich nicht. Wie ist das Urteil der Gäste? Von 10.9. Da bedarf es Aufklärung. Eurem Urteil nach sollte ich das jetzt auf die Karte nehmen eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Wenn ich den jetzt auf die Karte nehme, würde ich eigentlich mit beiden Beinen im Knast stehen. Der Burger ist der Bacon-Clubhouse-Burger von McDonalds gewesen. Sehr schön. Unglaublich. Das finde ich auch so was von überraschend. Keiner hat es gemerkt. Aber ich habe es eigentlich nicht geglaubt. Ich habe es mit Vergnügen gegessen. Das ist sensationell. Test bestanden. McDonalds hat sein Geschmacksversprechen gehalten. Als nächstes kommt der Steakhouse-Burger von Burger King an die Reihe. Auch hier gönnt Nelson dem Ganzen lediglich ein bisschen Deko. Etwas Kresse, ein paar Tomaten. Fertig. Optisch kann sich das ja einigermaßen sehen lassen. Ich bin gespannt, wie der jetzt ankommt. Werden die Tester den Klassiker von Burger King enttarnen? Nelson hat den Burger nur gekauft, aufgewärmt und etwas verschönert. Eine Geschmacksrichtung. Ja, wie durchaus bekannt ist, aber eben mal ganz anders präsentiert. Als man es gewohnt ist. Ganz toll. Sehr lecker. Sehr saftig. Schmeckt hervorragend. Also, so eine Art Burger habe ich noch nie gegessen, muss ich sagen. Zeit für die Wahrheit. Was ich euch serviert habe, das war tatsächlich ein Burger von Burger King. Aber die Pommes waren von hier. Nee. Ah, nicht. Das ist ein Unglaub. Faszinierend, ne? Ja, doch. Ja, gut. Das ist ja immer always fit, ne? Auch Burger King hat den Test mit Bravour bestanden. Zwei Mal sind meine Fastfood-Gerichte wirklich glatt durchmarschiert. Die Gäste haben nichts gemerkt. Im Gegenteil, sie waren voll des Lobes. Ich bin mal gespannt, ob es bei den anderen Gerichten genauso ist. Jetzt ist Nordsee an der Reihe. Mit dem Garnelen-Chabatta Caprese. Wieder gibt's ein wenig Deko zur Tarnung. Ob das hier reicht? Ich bin gespannt auf euer Urteil gleich. Auf jeden Fall. Danke. Ja, wie ein Appetit die da haben. Das Brot ist sehr gut. Gut gewürzt. Ich bin nie auf die Idee gekommen, um es so zu kombinieren. Also jetzt, mir ist es richtig auf dem Baguette zu essen. Das sieht ja auch aus wie ein Gemälde. Kommt super an, ist aber leider kein Meisterwerk des Sternekochs. Der Feinkost nennt sich Nordsee. Glaubt ihr mir nicht, ne? Ja, siehst du. Also überrascht auf jeden Fall. Aber es hat halt einfach gut geschmeckt. Lob auch für das Krabben-Baguette von Nordsee. Fehlt nur noch das Truthahn-Sandwich von Subway. Aufschneiden, garnieren, servieren. Prima. Habt ihr nichts mehr zu tun, ne, Jungs? Die nächsten Festesser sind besonders kritisch. Ein frisch verheiratetes Ehepaar auf der Suche nach der Extraportion Geschmack. Also wenn es schmeckt, kommen wir zum Hochzeitstag hin. Da liegt die Latte aber hoch. Danke sehr. Ja, viel Vergnügen mit meiner neuen Freation. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Schmeckt sehr gut. Ich war ein bisschen überrascht, dass das warm ist. Aber passt super. Ich finde es sehr lecker. Und wieder haben die Gäste nichts gemerkt. Haha, nichts verändert. Nichts verändert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ein bisschen Kresse, ein bisschen Kirschtomaten. Also, hätte ich nicht gedacht. Auch Subway hat den Geschmackstest bestanden. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass alle Fastfood-Gerichte als meine Gerichte durchgegangen sind. Und ein bisschen Kratz ist auch an der Kochehre. Da stellt man sich den ganzen Tag in die Küche und dann baut man halt so einen Burger um und die Gäste sind trotzdem glücklich. In unserem Experiment konnten alle vier Konkurrenten punkten. Kein Gericht ist als Fastfood aufgeflogen. Dementsprechend eindeutig fällt unser Urteil aus. Alle vier Fastfood-Ketten konnten geschmacklich überzeugen. Schick angerichtet gingen sie sogar als Restaurantessen durch. Das hat mich dann schon erstaunt. Geschmacklich liegen alle gleich auf. In jeder unserer Testkategorien vergeben wir maximal drei Punkte. In Sachen Geschmack haben alle gleichermaßen überzeugt. Deshalb bekommen sie die volle Punktzahl. Drei Punkte. Noch herrscht Gleichstand im Rennen um die Fastfood-Krone. Geschmack ist die eine Sache. Der Preis, die andere. Wie günstig sind die vier Fastfood-Duellanten? Um das herauszufinden, hat Nelson seine Freunde zum großen Testeinkauf gebeten. Den Sternekoch interessiert, was man bei den vier Konkurrenten jeweils für ein typisches Gericht mit Hühnchen oder Fisch plus Cola bezahlen muss. Ich war bei Nordsee und habe ein Backfisch-Spaguette für 2,99 Euro und eine Cola für 1,99 Euro. Bei mir gab es den typischen Long Chicken und die Cola. 4,19 Euro für den Long Chicken und 2,39 Euro für die Cola. Chicken Teriyaki von Subway. 4,49 Euro habe ich bezahlt und ich habe für meine Coke, die 0,49 Euro ist, jetzt im Gegensatz hierzu, 2,19 Euro bezahlt. Isabel, was gab es denn bei dir? Das sind 0,5 bei McDonalds, das hat 2,69 Euro gekostet und ein Fisch-Eau-Filet-Burger für 3,69 Euro. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Einkauf liegen mehr als 2 Euro. Vor allem die Coca-Cola macht den Unterschied. Für die bessere Vergleichbarkeit rechnen wir den Literpreis aus. Subway punktet durch einmal freies Nachfüllen. McDonalds ist deutlich am teuersten. Also ich hätte niemals gedacht, dass wirklich die Cola bei McDonalds 2,69 Euro kostet. Also du findest es teuer? Ich finde es teuer, also für eine Cola aus dem Pappbecher. Softdrink ist das eine, aber wie sieht es preislich bei den Gerichten aus? Auf den 1. Blick sind die Angebote der 4 Konkurrenten nicht so einfach zu vergleichen. Um herauszufinden, wo man das meiste für sein Geld bekommt, hat sich Nelson deshalb 4 Köche zur Verstärkung eingeladen. Ich habe einen kleinen Snack für euch, allerdings nicht zum Essen. Ich habe mal von den einschlägigen Fastfood-Ketten die Klassiker besorgt. Und mich würde heute mal interessieren, was es kosten würde, wenn man das als Privatperson zu Hause nachbaut. So will Nelson herausfinden, wo man das meiste Essen für sein Geld bekommt. Die Top-Seller treten an. Der Big Mac von McDonalds. Das Bremer Brötchen von Nordsee. Das Chicken Sandwich von Subway. Und der Whopper vom Burger King. Als erstes müssen die Köche genau ermitteln, was drinsteckt. Was ist denn das Huhn? Vergessen? Da haben wir es doch. Ah, da oben. Das ist aber echt ganz schön wenig. Da musst du wirklich suchen, um es zu finden. Die Köche zerlegen und wiegen die Einzelteile. Was ist das? Zehn Gramm genau. Ich habe nur Ketchup, Röstzwiebel, ein Blatt Salat da drauf und das Wasser da drauf. Nur so können sie die Produkte später centgenau bewerten. Eins, zwei Tomaten. Zwei Tomaten. Wahnsinn. Ein Salatblatt. Ein Salatblatt. Was auch seine besten Tage hinter sich hat. Kurka-Challa. Das ist ja auch gut. Natürlich wenig Komponenten auf dem Dörer. Ein bisschen Gurke, ein bisschen Salat, ein bisschen Mayo. 35 Gramm. Jetzt wissen sie, was drin ist. Nächste Aufgabe? Nachmachen. Moin, Moin, sag ich nur, ne? Jeder Koch ist für ein Produkt zuständig. Stefan für das Bremer Brötchen von Nordsee. So, dann würde ich sagen, kommt, baut eure Burger jetzt komplett zusammen, sonst wird's kalt. Beim Zusammenbauen wird auch zusammengerechnet. 16 Cent kostet das Brötchen für den Nachbau des Nordsee-Klassikers. Dazu kommen zwei Cent für den Salat. 48 Cent für die Fischbulette. Ein Klecks Ketchup für drei Cent. Und zu guter Letzt Röstzwiebeln. Für weitere zwei Cent. Fertig ist das selbstgemachte Bremer Brötchen. Für erstaunlich günstige 71 Cent. Nach demselben Prinzip rechnen auch die anderen drei Köche. Den Big Mac von McDonald's. Das Chicken Sandwich von Subway. Und den Wopper von Burger King. Fast Food-Klassiker im Eigenbau. Wo sind die Unterschiede zum Original am größten? Verratet mir doch mal, zu welchen Preisen ihr gekommen seid. Fangen wir vielleicht mal mit dem McDonald's Burger an. Ja, also beim Big Mac, den wir von McDonald's gekauft haben, da haben wir 3,89 Euro im Einkauf. Das, was ich jetzt heruntergerechnet habe mit den ganzen Rezeptoren, bin ich jetzt auf 1,63 Euro gekommen. Okay. Das ist etwa die Hälfte des Verkaufspreises. Wie sieht das bei den Konkurrenten aus? Wie verhält es sich vom Preis bei Burger King? Hier ist der Preis beim Burger King-Produkt 4,19 Euro und im eigenen 1,35 Euro. Das ist natürlich noch ein größerer Unterschied. Oha, das ist ein deutlicher Unterschied. Und beim Bremer Brötchen von Nordsee? Also das Brötchen kostet bei der Nordsee 1,99 Euro und unser selbstgemachtes Brötchen, da liegen wir bei 71 Cent. Ui! Kann das noch getoppt werden vom Sub? Das kann es, ne? Mein Sub kostet 6,95 Euro im Einkauf bei Subway und ich habe 1,17 Euro jetzt ausgegeben für meins. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Sehr erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich doch wirklich ganz gut aussieht. Die Unterschiede sind enorm. Beim McDonald's ist der Big Mac etwas mehr als doppelt so teuer wie der selbstgemachte. Bei Nordsee ist es etwa dreimal so viel. Das Sandwich von Subway hat den mit Abstand größten Preisunterschied. Es ist fast sechsmal so teuer. Der Wopper im oberen Mittelfeld. Diese Unterschiede erklären sich vor allem durch die teuren Hauptzutaten. Die Fleischpatties beim Big Mac bringen zusammen 90 Gramm auf die Waage. Beim Wopper von Burger King kommen 113 Gramm Fleisch auf das Brötchen. Im Chicken Sandwich von Subway landen dagegen gerade mal 52 Gramm Hähnchenbrust. Und in Nordsees Bremer Brötchen sogar nur 50 Gramm Fisch. McDonald's und Burger King bieten bei ihren beliebtesten Burgern ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Sparen sie dafür vielleicht bei den Pommes? Wie günstig die Rohstoffe dafür sind, wollen wir bei einem der größten Produzenten für Fast-Food-Pommes herausfinden. An der holländischen Grenze in Kedela baut Andreas Driesen Kartoffeln für Burger King an. Aber hier wachsen keine normalen Speisekartoffeln. Das würden die Böden gar nicht hergeben. Der Verbraucher für Speisekartoffeln erwartet goldgelbe, helle Kartoffeln. Und diese Möglichkeit haben wir nicht bei uns auf den Böden, auf den Standort zu produzieren. Und dann haben wir vor 20 Jahren uns mehr der Industriekartoffel zugewandt. Denn bei der Industriekartoffel der Sorte Fontane spielt der Geschmack nur eine Nebenrolle. Hier kommt es vor allem auf eins an. Die Größe. Eine dicke Kartoffel gibt möglichst viele lange Stäbchen. Und das heißt für die Fabrik oder für die verarbeitende Industrie eine hohe Wertschöpfung. Heißt, bei so einer Kartoffel muss man in der Pommes-Produktion wenig wegschmeißen. Das spart Geld. Und das vielleicht doppelt. Denn die Industriekartoffel ist viel billiger als normale Kartoffeln. Weil sie im Supermarkt kaum Abnehmer finden würde. Für 100 Kilo bekommt Bauer Driesen gerade einmal zwischen 9 und 12 Euro. Das ist ein Drittel weniger als für Speisekartoffeln. Bauer Driesens Kartoffeln werden in Uppbergen in Holland verarbeitet. Dort produziert die Firma Lampwesten für Burger King, McDonalds und andere Anbieter. Als erstes wird geprüft, ob sich die Kartoffeln auch wirklich zur Pommes-Produktion eignen. Die Pommes sollten etwa 10 Zentimeter lang sein. Entscheidend ist der Stärkegehalt. Für außen krosse und innen zarte Pommes. Gemessen per Unterwassergewicht. Ein Unterwasserwert von 420 Gramm. Das ist gut für die Pommes von Burger King. Die Kartoffeln werden zunächst gewaschen, dann geschält. Nicht etwa von Hand, sondern mit heißem Wasserdampf unter Hochdruck. Die Produktion läuft vollautomatisch. Obwohl hier täglich 300 Tonnen Kartoffeln zu Pommes verarbeitet werden, braucht die gigantische Anlage kaum Mitarbeiter. Auch das spart Geld. Nachdem die Pommes in Stifte geschnitten sind, geht's ab in die Tiefkühlung. So kann genau nach Bedarf produziert und ausgeliefert werden. An einem Tag verlassen hier 5 Millionen Portionen hochindustriell hergestellte und dadurch unschlagbar günstige Pommes das Werk. Pommes. Für McDonalds und Burger King ein richtig gutes Geschäft. Was bekommt der Kunde für sein Geld? Unser Test mit dem nachgebauten Fastfood hat gezeigt, die Preis-Leistungs-Bilanz ist bei Burgern und Sandwiches eher durchwachsen. Fastfood war noch nie wirklich billig. Das bewahrheitet sich auch hier. Die Sandwiches von Subways sind allerdings viel zu teuer. Sie sparen extrem an den entscheidenden Zutaten. Am meisten bekommt man noch bei McDonalds oder Nordsee für sein Geld. In der Kategorie Preis erhält nur Nordsee die vollen 3 Punkte. McDonalds bekommt Punktabzug wegen der teuren Cola. Subway und Burger King können da nicht mithalten. Damit übernimmt Nordsee die Führung in unserem Wettbewerb der Fastfood-Giganten. In der nächsten Rubrik geht es um die Qualität. Eines der wichtigsten Produkte für McDonalds ist seit einigen Jahren Kaffee. Inzwischen ist McCaffee die führende Kaffee-Bar-Marke in Deutschland. McDonalds macht Werbung für Kaffee. Habt ihr schon mal Kaffee getrunken? Ja, Bombe. McCaffee, top. Sehr gut. Ja, echt? Ist so gut oder wie? Ja, ist wirklich gut. Sind die anderen auch so gut? Weiß ich nicht. Wollen wir mal einen Test machen? Ja. 1, 2, 3. Nelson hat Filterkaffee von jedem der Konkurrenten besorgt. Nur er weiß, in welchen der markierten Becher sich welcher Kaffee befindet. Ein Blindtest mit selbstbewussten Kandidaten. Ich errate alle. Redest du den McDonalds-Kaffee? Ja. Oh. Bei McDonalds bin ich mir relativ sicher, dass ich den rausfahre. Um was wetten wir? Ja. Ich schlage was vor. Flasche Shampoos. Bin ich dabei. Ja? Dein Wort in Gottes Ohr. Verkostet wird natürlich schwarz und ohne Milch, um die Qualität des Kaffees nicht zu beeinflussen. Ja, Prost, ne? Also man hat schon verschiedene Abstufungen von der Stärke. Rot ist am stärksten. Rot ist sehr sauer. Rote ist etwas bitter, schwer. Blau und grünes Wasser. Grünes Komplettwasser, blaues Wasser mit Bohnen reingehalten. Der Gelbe ist vollmundig, das ist ein guter Kaffee. Ohne Zucker, ohne Milch schmeckt er mir auch so. Er ist nicht zu sauer, nicht zu stark. Mir schmeckt der Gelbe am besten. Mein Favorit, die gelbe Tasse, der gelbe Punkt, Daumen hoch. Ein klares Urteil, doch welcher Kaffee ist von welchem Anbieter? Gelb ist auf jeden Fall der beste Kaffee, den würde ich auf McDonald's tippen. Bist du dir doch total sicher, oder? Ja, ich bin mir sicher. Der ist von McDonald's. Yes! Der ist? Ja, sicher. McDonald's überzeugt mit seinem Kaffee. Burger King und Subway, weit abgeschlagen. Nur der Kaffee von Nordsee ist noch schlechter. Die Verwendung von hochwertigen Bohnen und extra geschultes Personal scheinen sich zu lohnen. McDonald's ist der klare Sieger im ersten Qualitätstest. Beim Kaffee ist die Sache klar. Doch wie sieht es bei den Hauptgerichten aus? Um das herauszufinden, machen drei Lebensmittelexperten für uns den Qualitätscheck. Der Feinkostbäcker Johannes Dackweller, Fleischermeister Bernd Kruse und der Fischhändler Hans Griechel nehmen die Produkte der vier Konkurrenten unter die Lupe. Los geht's mit dem Royal TS von McDonald's. Brotexperte Dackweller ist für die Beurteilung des Brötchens zuständig. Ja, für mich ist das Brötchen zu trocken. Eigentlich müsste das ein bisschen saftiger sein. Man merkt eben, dass man hier definitiv eben ein Industrieprodukt hat. Das Brötchen ist mau. Und der Belag? Es ist gleichmäßig gebräunt. Mir wäre das Fleisch jetzt zu trocken. Auch der Fleischexperte ist nicht wirklich überzeugt. Der Marktführer schneidet nur mittelmäßig ab. Als nächstes tritt Burger King mit dem Wopper an. Das ist nicht durchgesuppt. Also man kann da auch, denke ich, das immer noch gut essen, ohne dass das eine Sauerei wird. Und zwischen den Brötchenhälften? Das hat eine unstrukturiertere Oberfläche. Das deutet darauf hin, dass er zumindest mal auf dem Feuer gelegen hat. Er macht durchweg auf mich einen besseren Eindruck. Insgesamt eine ordentliche Vorstellung für den Wopper. Weiter geht's mit Kandidat Nummer 3. Dem Lachsbagel von Nordsee. Der Bagel selber ist auf jeden Fall schön kompakt. Prachtel nicht alles richtig gemacht. Also ist ein schöner, guter Bagel. Hör mal. Und was kann der Belag? So gehört sich das zu. Man sieht sehr wohl, dass es also frisches Lachsfilet ist. Das Produkt prägendlich gelungen. Absolut gelungen. Der Lachsbagel hat die Jury voll und ganz überzeugt. Als letztes wird von Subway das Philly Beef Vollkorn Sandwich einem kritischen Expertentest unterzogen. Ich kann es nicht so recht definieren. Das ist in irgendeiner Form geschnetzelt worden, aber es ist halt einfach dann zusammengeklebt worden, zusammengepappt worden. Das Fleisch geht gar nicht. Also es geht gar nicht. Formsteak bei Subway. Kann das Brötchen noch was retten? Hier soll natürlich mit den Körnern eben suggeriert werden, dass sich das wahrscheinlich um Vollkornprodukt handelt, was eben auch gesund sein soll. Für ein richtiges Vollkornbrötchen ist das viel zu locker. Das ist im Prinzip ein helles Brötchen, was eben mit ein bisschen Kleie versetzt ist. Also man sieht hier auch schon die Stippen, die von der Kleie stammen. Subway betont in einer Stellungnahme, dass das Brötchen den Leitsätzen für Vollkornprodukte entspricht. Der Experte aber ist von der Qualität nicht überzeugt. Das Ergebnis des Qualitätstests. Der Lachsbagel von Nordsee hat sehr gut abgeschnitten. Burger King liegt hier auf dem zweiten Platz. Das Fleisch hat den Experten überzeugt. Der dritte Platz geht an den Royal TS von McDonalds. Er ist beim Brötchen und Belag nur Durchschnitt. Subway ist durchgefallen. Kein Punkt. Teil 2 des Qualitätstests geht an Nordsee. Auf den Plätzen folgen Burger King, McDonalds und zuletzt Subway. Beim Thema Qualität testen wir nicht nur die Produkte, sondern auch den Service. Und da ist gerade in einem Fastfood-Restaurant für uns die Wartezeit entscheidend. Deshalb machen wir den Test und besuchen verschiedene McDonalds-Filialen 25 Mal in der Mittagszeit. Und messen dabei jedes Mal, wie lange es vom Anstehen an der Schlange bis zum Erhalt des Gerichts dauert. Dann wird zusammengezählt. Im Durchschnitt warten wir bei McDonalds 6 Minuten 28 Sekunden auf unser Essen. Wir wiederholen den Test bei den drei Herausforderern. Natürlich zu denselben Bedingungen. Das Ergebnis? Bei Subway steht man im Schnitt etwas mehr als vier Minuten in der Schlange. Bei Nordsee wartet man nur 2 Minuten 38 Sekunden. Doch am schnellsten ist Burger King. Unsere Stichprobe deckt sich weitgehend mit den Ergebnissen einer deutschlandweiten Studie. Die Gründe? Bei Subway wird jedes Sandwich frisch belegt. Und das braucht Zeit. Bei Nordsee dagegen muss nichts mehr zubereitet werden. Die Fastfood-Produkte kommen hier nur noch in die Tüte und fertig. Bei Burger King wird man vor allem so schnell bedient, weil dort im Vergleich weniger los ist. Bei McDonalds wird die Beliebtheit zum Problem. Jeden Tag besuchen rund 2000 Gäste eine durchschnittliche Filiale. Trotz langer Schlangen waren in unserem Test häufig nicht alle Kassen geöffnet. McDonalds muss aufpassen. Lange Wartezeiten sind nicht das, was der Kunde erwartet. Gerade in einem Fastfood-Restaurant. Und die Konkurrenz ruht auch bei den Produkten auf. McDonalds liegt nur beim Kaffee deutlich vorne. Bei der Qualität hat Burger King mit einem guten Burger und kurzen Wartezeiten knapp die Nase vorn. Nordsee bekommt immerhin noch zwei Punkte für den überzeugenden Begel. McDonalds rettet sich nur dank des guten Kaffees auf den dritten Platz. Damit bleibt Nordsee in Führung und Burger King springt auf Platz zwei. Weiter geht der Vierkampf in der Disziplin. Hygiene In puncto Sauberkeit und Hygiene hatten die Fastfood-Ketten immer wieder auch mit handfesten Skandalen zu tun. Wie viel Vertrauen haben Nelsons Freunde in McDonalds, Burger King und Co.? Ja, jeder isst das irgendwie so, ne? Oder macht ihr das Ketchup Mayo auch hier mal gerne auf diese Pappe drauf? Nee, das stimmt mal. Findet ihr das hygienisch? Was habt ihr da für ein Gefühl, wenn ihr so esst? Ich sag mal, super McDonalds oder so, hatte ich glaube ich noch nie irgendwie ein komisches Gefühl. War da nicht so mal was bei Burger King, dass da ein Riesen-Fuppa war, dass das alles nicht so hygienisch war und so? Hygienemängel bei Burger King, das ist tödlich fürs Image. Im November 2014 müssen 89 Burger King-Filialen kurzfristig schließen. Mit ein Grund, teils drastische Hygienemängel. Abgelaufene Lebensmittel wie Salate und Tomaten wurden umetikettiert und wieder verkauft. Ein Fall, der ein schlechtes Licht auf die Hygienezustände in der gesamten Branche wirft. Zurecht? Wir besuchen alle vier Ketten stichprobenartig immer zu den gleichen Uhrzeiten und nehmen heimlich sogenannte Abklatschproben von Tabletts, Tischen und Türgriffen. Insgesamt sammeln wir 50 Proben. Im Labor lassen wir diese Proben auf Keime untersuchen. Die gute Nachricht, die allermeisten Proben sind in Ordnung. Aber nicht alle. Die einzige Probe, die hier nicht befriedigend war, war ein Tablett bei der Firma Subway. Wir haben Enterobacteria 10, das heißt Darmbakterien, gefunden. Auch wenn diese Darmbakterien nicht notwendigerweise gesundheitsgefährdend sind, ist der Fund doch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Tablett verschmutzt war. Ein Indiz für mangelnde Hygiene. Nur ein Einzelfall? Erst im letzten Jahr schlagen Mitarbeiter mehrerer Subway-Filialen in Bayern Alarm. Michaela Eich war eine von ihnen. Ein Vorwurf, Lebensmittel wurden umetikettiert. Die Haltbarkeitsdaten, sowohl bei den Lebensmitteln als auch bei den Soßen, vor allem bei den Soßen, wurden regelmäßig verlängert. Es wurde also nicht ausgetauscht, sondern einfach per Hand verlängert. Die Ex-Angestellte von Subway sucht nach Erklärungen. Der Fanchise-Nimmer hatte meines Erachtens einfach zu wenig Einnahmen. Schlecht laufende Filialen, kein unbekanntes Problem bei Subway. Fastfood-Ketten sichern ihren Lizenznehmern üblicherweise zu, dass es keine weiteren Filialen in der Nähe gibt. Nicht so bei Subway. Hier konnte jeder, der die erforderliche Einstiegssumme zahlte, eine Subway-Filiale eröffnen. Und das, wo er wollte. Dem war das egal, ob um die Ecke schon ein Subway war. Er hat halt da eine Lizenz neu verkauft, hat Geld eingenommen und sagte, gut, das wirtschaftliche Risiko, ob das hier gut geht, das hast du als Unternehmer. Und nicht wir. Wir haben kein Risiko. Darunter litten in den vergangenen Jahren viele der Franchise-Nehmer. In einer Stellungnahme schreibt Subway, dass bei der Standortwahl mittlerweile, Zitat, alle Standorte von neuen Restaurants überprüft würden. Die Hygiene habe bei Subway oberste Priorität. Der betreffende Franchise-Nehmer habe die vorgegebenen Standards nicht erfüllt. Deshalb sei ein Lizenzentzugsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Das Restaurant habe mittlerweile einen anderen Inhaber. Von vergleichbaren Schlagzeilen sind die drei anderen Fastfood-Ketten in den letzten zwei Jahren verschont geblieben. Hygiene ist ein sensibles Thema. Auf nichts anderes reagieren Verbraucher so empfindlich. In unserer Stichprobe haben wir bei McDonalds, Burger King und Nordsee nichts Belastendes gefunden. Alle bekommen die vollen drei Punkte. Subway dagegen geht wegen dem keimbelasteten Tablett in dieser Runde leer aus. Damit bleibt Nordsee unverändert an der Spitze. Gefolgt von Burger King und McDonalds. Jetzt geht es um die... Gesundheit. Ist Fastfood immer noch vor allem kalorienreich und fett? McDonalds hat auf jahrelange Kritik reagiert. Für Kinder gibt es mittlerweile auch Salat und Obst. Das Problem ist ja, Fastfood-Restaurants haben so ein bisschen ein Imageproblem auch. Also ich weiß, dass meine Mutter immer gesagt hat, nee, da gehen wir nicht hin, das ist ungesund. Zu viel Zucker, zu viel Fette und keine Nährwerte, die in den Sachen drin sind. McDonalds versucht mit einem gesunden Angebot für Kinder zu punkten. Beim Kids-Menü haben sie die Wahl. Statt Pommes und Limo gibt es auch Äpfel, Milch und Salat. Kalorienarm und reich an Vitaminen. Klingt nach einer gesundheitsfördernden Idee. Aber funktioniert das in der Realität wirklich? Das wollen wir in einer Grundschule im hessischen Firnheim herausfinden. Die Schüler der Stufe 4 dürfen sich genau nach den Regeln von McDonalds ein Happy Meal zusammenstellen. Bei der Hauptspeise haben sie die Wahl zwischen einer Portion Chicken McNuggets und einem Cheeseburger. Dazu eine Beilage, Pommes oder Salat. Und zum Dessert Fruchtquatsch. Ein Püree aus Äpfeln, Bananen und Kirsche oder Apfelschnitzchen. Und auch bei den Getränken können die Grundschüler wählen. Apfelschorle, Wasser, Milch, Orangensaft oder Capri-Sonnet. Los geht's mit Mittagessen der besonderen Sorte. Wie gut kommen die gesunden Alternativen an? Haben die kalorienarmen Angebote eine Chance gegen Pommes, Capri-Sonne und Co.? Ich hab Nuggets, dann Pommes, Fruchtquatsch und Capri-Sonne, weil das halt, das liebe ich einfach. Pommes hab ich mir genommen, weil sie lecker schmecken. Ein Chicken McNuggets, find ich auch sehr lecker. Dann hab ich mir den Cheeseburger genommen, weil's den bei uns auch nicht alle Tage gibt. Chicken Nuggets oder Cheeseburger. Die beiden Hauptspeisen liegen kalorienmäßig dicht beieinander. Die Beilage macht den Unterschied. Da gibt es einen eindeutigen Verlierer. Den Salat. Ich hab mir die Pommes genommen, weil Salat nicht schmeckt. Ein Salat ist ja Gemüse, das die meisten Gemüse nicht mögen, weil's gesund ist. Wenn wir ja schon mal mit uns hier in der Schule kriegen, dann nehmen sie natürlich vor was. Die Kinder haben sich für die ungesunden Fast-Food-Klassiker entschieden. Die kalorienarmen, ungesüßten Lebensmittel wurden wenig bis gar nicht angerührt. Bei den Getränken gibt es einen eindeutigen Favoriten. Capri-Sonne wählten elf von 15 Kindern. Ziemlich eindeutig auch die Hauptspeise. Vier entschieden sich für Burger, elf für Nuggets. Als Beilage wurde Pommes 15 Mal und Salat kein Mal gewählt. Die Verbraucherschützerin Silke Schwartau wundert das Ergebnis aus dem Klassenraum nicht. Wenn ich mir diesen Salat hier so anschaue, dann würde ich sagen, der ist überhaupt nicht kindgerecht. Man kann ja diese großen Scheiben als Kind auch schwierig essen. Und dann sind es fast nur Blattsalate. Also dann muss man sich nicht wundern, dass die auch gar nicht nachgefragt werden. Und dass die stark gesüßte Capri-Sonne im vermeintlich gesunden Kindermenüs überhaupt angeboten wird, löst bei ihr Kopfschütteln aus. Da ist ja hauptsächlich Wasser und an zweiter Stelle gleich Zucker drin. Vielleicht sollte hier McDonalds auch nochmal eine Vorbildfunktion ausüben und lieber nur Saft und Wasser anbieten. So bleibt das Kids-Menü eine Kalorienbombe. In der bevorzugten Zusammenstellung kommt man auf stattliche 550 Kilokalorien. Das Kinder-Menü von Burger King ohne Wahlfreiheit dagegen nur auf 403. Das Kinder-Menü von Nordsee kommt wie McDonalds auf fast 550 Kilokalorien. Nur Subway bleibt hier sogar unter 300 und ist damit Spitzenreiter. Gibt es diese Unterschiede auch beim regulären Angebot? In welchem der vier Fastfood-Restaurants nimmt man die meisten Kalorien zu sich? Das wollen wir in einem Experiment herausfinden. Mit vier Leistungssportlern aus Berlin. Ruderer verbrauchen bei intensivem Training schon einmal 6000 Kilokalorien am Tag. Für uns werden sich diese vier Ausnahmeathleten eine Woche lang ausschließlich von Fastfood ernähren. Morgens, mittags und abends. Ihre Aufgabe? Sie sollen sich satt essen. Denn wir wollen wissen, welches Fastfood macht wirklich dick? Jeder der vier bekommt eine Restaurantkette zugelost. Hagen McDonalds. Bodo, Burger King. Tobis Subway. Und Kai, Nordsee. Seltsam wird es morgens, in ein Fischbötchen reinzuweisen, welche Spannung das wird. Aber als Sportler ist man es ja gewohnt einzustecken. Die vier haben den Auftrag, die Kalorien aller Gerichte zu notieren, die sie in der Woche verspeisen. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt geht es los. Und das heißt ab sofort Fastfood von morgens bis abends, wenn der Magen nach einem harten Trainingstag so richtig knurrt. Mein heutiges Abendessen besteht zum einen aus einem klassischen Hamburger Royale Käse. Hamburger Grand Royale Western Barbecue. Dazu dann noch zwei Cheeseburger, eine Pommes und natürlich eine Coca-Cola. Stolze 2658 Kalorien nimmt Hagen mit nur einer Mahlzeit zu sich. Und auch Bodo sammelt mit dem nicht eben leichten Frühstück vom Burger King schon fleißig Kalorien. Gefühlt die Tagesration Kalorien schon zum Frühstück zu sich genommen. Bei dem Angebot kein Wunder. Kai ist von Nordsee positiv überrascht. Ich habe mir heute einen Bismarck-Kering einfach mal zwischendurch geholt. Ist nicht so fettig. Gute Nachtsie. Sub ist wieder eine frische Variante. Die vier Ruderer beißen sich durch. Fünf Tage Fisch durch ist machbar. Nicht das Beste, aber ist auf jeden Fall gut. Also mir geht es eigentlich ganz gut. Auf Dauer fehlt allen die Abwechslung. Hat auch immer ganz gut geschmeckt, aber irgendwann ist man einfach davon bedient und ist auch froh, dass die Woche irgendwann zu Ende ist. Tag der Abrechnung in Berlin. Bei welcher Kette gab es die meisten Kalorien? Wer hat zugenommen? Also ich habe in der Woche circa zwei Kilo zugenommen. Ich habe zweieinhalb Kilo zugenommen. Und das, obwohl ich jeden Tag Sport gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht zugenommen. Ich habe nicht zugenommen. Ich bin konstant bei meinem Gewicht geblieben, eigentlich die ganze Zeit. Für dieses Ergebnis gibt es für Ernährungsmediziner zwei Gründe. Das Sättigungsgefühl ist bei Burgern oft nur von kurzer Dauer. Viel Weißmehl und Zucker in Brötchen und Beilagen jagen den Blutzuckerspiegel kurzzeitig hoch. Die Folge? Man bekommt schneller wieder Hunger. Und muss noch mehr Kalorienbomben essen. Und zweitens? Um satt zu werden, braucht man ein gewisses Gewicht an Nahrung, egal was man isst. Und da handelt man sich bei den meisten Gerichten von Nordsee und Subway weniger Kalorien pro 100 Gramm ein, als bei denen von Burger King und McDonald's. Bei McDonald's und Burger King haben die Sportler darum gut ein Viertel mehr Kalorien zu sich genommen. Im Gegensatz dazu sind Subway und Nordsee die gesündere Alternative. Was die Jungs hier gemacht haben, ist extrem. Der Test zeigt aber, dass bei Nordsee und Subway die Essensauswahl kalorienärmer und deshalb auch gesünder ist. Die klassischen Burger bei McDonald's und Burger King gehen dagegen besonders auf die Hüfte. Unsere Gesundheitswertung sieht Subway auf Platz 1, weil die Ergebnisse sowohl im Kidsmenü als auch bei unserem Kalorientest überzeugen. Nordsee folgt kurz dahinter. Kein Punkt für McDonald's. Damit ist klar, Nordsee hat insgesamt die Nase vorne und gewinnt das Duell der Fastfood-Riesen. Alle gegen McDonald's. Nordsee hat den Vierkampf deutlich für sich entschieden. Gute kalorienarme Produkte zum kleinen Preis bei schnellem Service. Das bringt in unserem Test den Punktsieg für den deutschen Fischbrater. Das bringt in unserem Test den Punkt für den deutschen Fischbrater. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.